Der Mini Countryman ist nunmehr auch mit dem 170 kW starken Motor aus dem John Cooper Works Bereich erhältlich. Dieser mit 231 PS stärkste jemals in einem Mini eingesetzte Motor sorgt in Kombination mit dem serienmäßigen Allradantrieb All4 und dem robusten Fahrzeugkonzept dafür, das mit dem jüngsten Neuzugang in der Familie der Top Sportler von John Cooper Works sowohl das Race Feeling auf der Straße als auch der extreme Fahrspaß auf unbefestigtem Terrain ein neues Niveau erreicht. Der neue Mini John Cooper Works Countryman spuchtet mit dem serienmäßigen 6-Gang-Handschaltgetriebe ebenso wie mit dem optionalen 8-Gang-Steptronic-Sportgetriebe in 6,5 Sekunden auf 100 kmh. Auch in der Elastizität, beim Zwischenspurt, der Agilität in Kurven und den Verzögerungswerten kommen die überlegenen Performance-Eigenschaften des neuen Mini John Cooper Works Countryman zum Ausdruck. Sie sind das Ergebnis eines mit dem Rennsport-Know-how des John Cooper Works zusammengestellten Gesamtpakets. Das nehmen dem Motor und dem Allradantrieb ein Sportfahrwerk mit 18 Zoll großen John Cooper Works Leichtmetallfelden und Brembo Sportbremsanlage. Eigenständige Karosseriemerkmale zur Optimierung der Aerodynamik-Eigenschaften und der Kühlluftzufuhr und ein modellspezifisches Cockpit. Mit John Cooper Works Sport sitzen umfasst.